Hallo Marshall, Merle. Darf ich vorstellen, Nathalie Martin, die zukünftige Mrs. Stooping. Sehr erfreut, Miss Martin. Oh, warum so förmlich, Merle? Du wirst in ein paar Tagen mein Schwager sein. Mir erscheint das wie ein Wunder. Ausgerechnet mein Bruder will den Hafen der Ehe ansteuern. Aber Merle, ich bin ein anderer Mensch geworden. Seit mir Nathalie begegnet ist, habe ich eine andere Frau nicht mal mehr angesehen. Liebling. Marshall. Da. Annette. Ich wusste, wir würden uns wiedersehen. Ach, Nathalie, darf ich bekannt machen, dass es... Das hat Zeit. Diesmal wird es eine wundervolle Reise für dich werden. Mein kleiner Darling. Entschuldige uns jetzt, Merle, aber vor der Trauung müssen wir wohl noch einiges klarstellen. Nicht wahr, Darling?